Ich baue einfach wie ein Verrückter an, was ist denn da? Sieht das aus, als wenn ich noch eine Chance hätte? Ich verstehe das nicht, ey! Wie können die so viele davon bauen? Das ist doch totaler Schmachsinn, oder? Ich greife jetzt mal eiskalt einfach an. Ist mir scheißegal, ich greife jetzt einfach an. Es ist mir einfach so scheißegal. Sieht einfach mal durch, ich will es einfach ausprobieren. Ich habe keine andere Chance mehr. Geht einfach alle hier hin. Stürmt einfach das scheiß gegnerische Lager. Einfach immer, ich produziere hier zuhause und schicke dann einfach alle mal wieder los. Ich habe mich nicht mehr leisten, ey, ist das arm. Wollen wir eben raus hier hin? Ja. Einfach mal irgendwie eben... Zimmermann! Hallo? Ja. Kämpft einfach wie gut ihr könnt. Marschiert durch! Probiert's! Lasst euch nicht aufhalten! Und was? Okay, lasst euch aufhalten. Das geht irgendwie voll schief grad immer. Es geht einfach weiter, ey! Ihr müsst einfach aus... Ach du Scheiße! Einfach aus Lager, oder wo haben sie ihre Behinderten... Da kommen die ganzen Asis her. Ihr geht jetzt alle auf dieses verdammte Blockhaus Wenn die das weg haben Und dann schießt einfach überall um euch Und dann Alter, ich werde Akku machen Das ist aber stimmt nochmal Wichtig um Leck meine Eier, Alter Ach, dann bruch ich jetzt einfach noch Davon bin ich, ey, ist mir doch egal Ich muss exakt ans scheiß Verdammte Bevölkerungslimit Das Verkackte Außerdem fällig, Mann, ey Kanon, ey Seht auch aus, seht auch aus, wo du spielst Aber nicht Geht auf dieses verkackte Blockhaus oder was Das immer noch eben war Wo war denn das jetzt? Ach egal, kräft einfach irgendwas an Ich bin mir, wir sind alle grad kurz vorm Verkacken, ey Ach, die gehen ja so vorbei Nein, verliert keine Zeit, einfach weiter, einfach weiter Weiter, 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 weiter Macht sie alle, macht sie alle Aufs Gold, aufs Gold, aufs Gold Oh, wo sind die Kanonen? Das einfach Scheiße, das, naja, das schaff ich nicht Greift irgendwie durch, oder macht die Dorfbogen alle Ich will's nur verstehen können Geht alle ins Lager, alle ins Lager, komm Komm, wir müssen alle ins Lager gehen Alle ins Lager Alles, was ich hab, muss da hin Ja, genau, immer Nachschub, immer Nachschub Dann hab ich noch eine geringe Chance Wenn immer Nachschub kommen würde Ach, egal, das wird nix mehr Ich könnte eigentlich aufgehen, weil Orange ist zu blöd Versucht's irgendwie da durchzukommen Jawohl Ey, wir waren fünf, wir waren vier gegen zwei Und wir verkacken jetzt noch, ey, das ist echt schlecht Geht alle auf dieses scheiß Gebäude, einmal raufschießen und dann Okay, jetzt auf die Ach, egal, ich hab verloren Das ist echt ne scheiß Einstellung, was von mir war Ach, egal, was ihr wollt Ach, die kommen zu spät, die kommen alle da zu spät Aber ich versteh das nicht, Mann Die haben auch ne Angestärke von 77 Und warum können so viele davon bauen Seht euch das machen, die Maschinen, dem überall weh hier davon Das ist nicht anzusehen, das ist traurig Die traurige Wahrheit, dass die einfach nur Minärer sind Greift einfach an Ich hab auch langsam, glaub ich, irgendeinen Klauenstoff bei mir Aber das ist mir jetzt egal Ich hau meine letzten Kräfte raus Und kann mich nicht Ich mein, guckt euch das mal an, das ist doch gestört Ich bin verwundet und kann mich nicht bewegen Und dann baue ich noch zu guter Letzt Einfach Weil ich echt keine andere Möglichkeit Oh, was ist los, was ist los Ich hab doch hier raufgeklickt Weil die haben einfach zu viel, wisst ihr Da geht nix Jetzt bin ich zwar im Lager, aber was bringt mir das So viel halt eigentlich gar nicht, oder was mein ihr Aber irgendwie ist der einfach stark Wie die verricken wir in derischen Orange ist echt ne Schande, Alter Ich kämpfe mit Kanonen, mit allem was ich hab Und er So Ja und er, äh Mehr fällt mir dazu nicht an Als äh Keine Rohstoffe mehr Hab ich auch Dorfäume? Wie ist das denn da schon Von euch Süßen Neue Taktik Aufbauen und sammeln Neue Taktik Aufgeben Nein, ich sammle noch meine Truppe auf Alle hierbleiben Alles, was wir noch an Rohstoffen haben, bleibt hier Alles, was ich hab hier hin Das ist nicht sehr viel Ich brauch nen Stab zu Ulanen Und So und dann greifen wir ganz schnell an Scheiße, schneller, schneller, schneller Keiner bevor, gelb Okay Wir greifen nur einfach an Boah, ich hab ne Menge jetzt Oh, die greifen mit an Irgendwann muss ich die erstmal ablenken Jawohl Nimm jetzt auf, wenn du dir die Erniedrigung des völligen Untergangs ersparen möchtest Okay, jetzt haben wir genug gewartet Wir probieren's jetzt über ganz kurz Wir probieren's jetzt über ganz kurz Ganz außen Schnell, schnell, schnell Set Steuerung 1 übrigens Hier geht ganz außen lang Und alles, was jetzt hier noch so rumsteht Alles, was ich hab Geht Auch außen lang Er kann ruhig alles angreifen, was ich hab Ich lenke ihn irgendwie noch ab mit Billigtruppen von mir Ja Ah, wird er hier so ins Lager stellen Ich versuch's Weil da geh ich jetzt hier eigentlich einmal ganz außen lang Bereit Ey, so außen Wie es geht Guck mal, dann geh ich hier lang Keiner rechnet dann Wer verstanden? Hier ist ein Dorfzentrum Ich stech ihn von hier rein Und er macht jetzt mein Lager platt, das ist klar Aber er weiß nicht, dass ich eine Truppe Hoffe ich Hoffe ich Ihr versteckt euch nur hier und lenkt um Alle hier irgendwie die Ecke verstecken Alle meine Dorfbewohner Verstanden Hier, könnt noch abbauen Kommt noch eine Not mit Boah, der macht schon Rückzug dieser Sack Scheiße, der rechnet glaub ich irgendwie damit Frage ist nur, woher das weiß Aber es ist okay Also wenn nicht, wenn die Truppe stirbt Ich glaub, also wenn ich erstmal da bin Ist mein Lager so alles bereit Ich möchte, ich kann's nicht verstehen Wieso ich das noch verliere Ja okay, wenn meine Truppe das überlebt Und Lila fertig ist Dann ist alles noch drin Das ist aber überhaupt nicht der Fall, glaub ich Er wird mich gleich sehen Er wird mich gleich einfach sehen Er wird mich gleich einfach sehen Keine Ahnung warum Er kommt hier gleich mit seiner 500-Mann-Truppe an Er cheatet bestimmt über der Computer Gefühlt wird er cheat da Wird erledigt Ich hab wenigstens noch einen Handels-Posten Ey, da können wir ein bisschen Holz sammeln Okay, jetzt muss ich überlegen Kann man da durch? Ich hoffe es Ey, das klappt momentan Aber ich seh schon Ich seh schon Wie die da gleich so kommen Und dann ich mich Ein ganzes Lager durchnehmen Hoffentlich geht's da durch Ja, es wird eng Aber lasst euch Zeit Es muss ein präziser Angriff werden Oh, ich bin nervös Das klappt Hör auf, hör auf, hör auf Standen Hm Ja? Vielleicht kann ich Das ist ne brillante Idee WTF ist das ne geile Idee Zimmermann WTF, ich muss irgendwas abbauen Gold mach ich ja noch fleißig Nahrung Aufgabe Geht so Darf vielleicht noch ein Nahrungs? Ne Okay, ich muss jetzt aber auf eine andere Doch da bitte noch ein Nahrung Ja Kaum kann ich eigentlich kein Holz abbauen Kann mir das mal jemand erklären? Warum geht das nicht mehr? Ich kann es nur noch kaufen, glaube ich, oder? Was meint ihr? Kann mir eben einer so einen Marktplatz bauen? Ich würde sagen, ich habe ein Problem Hallo Ich glaube, ich komme nicht mehr an dem Spiel an Holz ran Oder warte doch, kann ich, warte Ich weiß auch wie Ein bisschen Holz, bitte 30.000? Oh ne, hohe Okay Ja Das ist jetzt geil Ich habe 30.000 Holz bekommen Ist das für ne Nahrung oder Gold? Ob ich noch Gold? Ey Ey 17 Habt du noch Nahrung? Nimm dies erst noch mehr und das noch niemand vor sagt Und Eigentlich vor die Sorge Wir sollten auch unser Brot teilen Bauen wir drei Stelle hier hin Aufgabe Zimmermann 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 Hier ist noch überhaupt nichts verloren Zimmermann 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 Was geht eigentlich los? Freunde, das letzte Place Ja, ich wusste nicht, dass ich... Ich dachte, ich kriege jetzt noch 200 Gold oder sowas Aber... Ich dachte, was geht denn jetzt ab, Alter So, der Baut Ich greife an Ich jetzt bin re-motiviert, Alter Was ich gerade den Arsch geschoben bekommen habe Oh, der sammelt ja Nahrung bis zum Gehtnichtmehr Ja Okay, das ist jetzt meine neue Taktik Das ist jetzt meine neue Taktik Scheiß auf Nahrung Geht nur auf Gold Geht nur auf Gold Hallo Hier auch Die da hinten rumgammeln Gold greifen hat man an den Arsch geschoben Äh, Nahrung Der baut zwar auch ein paar Truppen auf Ist das so schlau jetzt? Jetzt ist doch gar nichts verloren Jetzt geht's los Perfekt, perfekt Er lenkt die ab Also, natürlich nicht geplant immer Nee, weiter außen, weiter außen Ja Obwohl ich jetzt Rohstoffe bis zum Gehtnichtmehr habe Wird trotzdem über außen angekommen Aber ich meine ja nur 20 Truppen vor allem, ey Das ist ja geistesgeil Aber lass die Zeit Die Truppe überlebt noch ein stündchen Ich habe aber echt alles Ich habe aber... So viele Kanonen habe ich gar nicht Sechs Und ein Siedlerwagen, yeah Ein Siedlerwagen und so Woah, jetzt wird's Ich habe mich gesehen Soll ich das echt so frisch machen? Also wenn ich das noch gewinne, Freunde, ne Dann gebe ich eine Runde Abonnieren aus Wer greift... Ach, das ist nun meine Ablenkstruppe Jetzt soll ich vielleicht nur Truppen hinstellen Zur Verteidigung Das Rangeschwinges überleben Ach ne, geht der gar nicht Okay, jetzt geht's los Greift an Mein letzter Versuch Na Ruhe Ich habe ja da oben was von der Lage Stehen Stop Jetzt kommt's drauf an Jetzt kommt's drauf an Jetzt eigentlich 12 Wohin? 12 Kanonen Warum schießen nur 5? Oder wie viel schießen wir? Auf jeden Fall ziehen die nicht viel ab Okay Jetzt geht's los Jetzt geht's los Schnell Schneller Mann, ihr müsst Team-Spiel machen, Mann Hier macht alles platt Alles, was hier steht, platt Sieht gut aus Jetzt auf die Häuser Damit sie keine Soldaten mehr holen können Ja, und ihr macht das Ne, ihr macht das Und ihr macht das Und ich weiß jetzt genau was ich machen muss Und ich weiß jetzt genau was ich machen muss Jawohl Nein 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 Egal, ich schnur da noch gleich in den Husten Okay Bro Ich habe auch Talent ey Mann ey, ich abgehe Halt in den Kampf Alter Ich mache das Er kann keine Typen bauen, weil er keine Häuser hat Er hat nur so ein paar Geht immer schön auf die Häuser, das ist total schnell Verdammt nochmal, ich habe ihn Ja In den Kampf Ja In den Kampf Ja In den Kampf Jawohl Es geht mir besser Es geht mir besser Es geht mir besser Boah, er ist noch nicht, er kämpft wenigstens bis zum Ende ey Wird wohl Wird wohl Wird wohl Wird Verstanden So, seine letzten Ah, auch damit habe ich schon gerechnet ey Das Veteran Eifer Oh, da fährt sich nochmal, scheiße Oh, hier müsste er auch dahin ach Tare Pro Magy fan Heißtöl Tare Ah... ендio Richtung Handsöhnen 力 ... Nein, Bevölkerung, ach das war jetzt doof, egal, 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 letzte Hoffnung Versucht haben wir irgendwas? So, mal gucken, was ich noch habe Oh, nackt das Spiel, das kutzt mich an, nee Ich habe gar nichts mehr, was ist das denn? Oh, scheiße, voll verkackt, Alter Ach, egal, das ist gut Und kann mich nicht bewegen So Da müssen noch mehr kommen Oh, ich muss mehr Kanonen bauen Davon auch noch ein paar Das ist Kanonen, ehrlich, sammelt hier lieber Alle hierbleiben, alle hierbleiben, aaaah Kommt da irgendwas? Die kommen, aber die kommen hierhin So Es wird jetzt nochmal eine Menge produziert Aber alles kommt hierhin Kanonen kommen auch schon Oder? Haben wir noch ein paar? Ja, 15 Kanonen sollten dicke reichen. Schön hatte ich hier. Plenker brauche ich auch noch. Die müssen ablenken. So, jetzt hätten wir hier schon mal heinander. Jupp. Auftrag. Verstanden. Bereit. Verstanden. Bitte nicht. Oh ne, muss denn irgendwo... Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Ja. Oh, mach hin, Mann. Das ist nicht gleich wie der Heile. Auftrag. Okay, das dauert vielleicht bei dir ein bisschen. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Okay, das Steuerung 2 und go. Over. Bereit. Ange... Bereit wird erledigt. In den... Ja, in den... Ah, guck mal wie schnell das geht so eine Truppe zu bauen. Das waren 5 Minuten glaube ich. Gefühlt. So, was ist das wichtigste... Auftrag. Haben die Obland-Dorf-Zentrum? Haben sie. Egal, wir gehen... Ja, in den Kamm! Was meint ihr, eure Let's Play, Freunde? Wo soll ich rauf gehen? Ich glaube, ich gehe... Versuch... ...mich auf den Stall vorzu... Was wird orange eigentlich? Die kämpfen noch. Super! In den Kamm! Ich lasse mir hier gleich nochmal ein bisschen Ruhstoffe geben. Und zwar jetzt. Mit einem Freund teile ich mein Hab und Gut gern. Angriff! In den Kamm! Jawohl! Ja... Jawohl! Angriff! Das ist der König, das ist sehr gut. Jawohl! Den erlegen wir mal eben. Angriff! In den Kamm! Angriff! 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 In den Kamm! Stell schon mal eine neue Truppe hin. Jawohl! An den Kamm! Pfff! Bereit! In den Kamm! Jeweils sind wir den Ersten. Und... der. So... Du kommst mit. Ich hab grad Amazon gesungen. Ah, ich weiß auch nicht. So... Übersicht behalten. Das ist das Wichtigste in dem Spiel. Nein. Ja, dann geht's ja wohl! Ja, dann geht's ja gut weiter! Das sieht gut aus! Verdammt mal! Scheiße, da sind so viele von denen. Welche sind stärker... Oh, okay. So, ich gepunktet.. Die Schlaft ist ja auch nachts, zwei da wirklich oder sowas. Meine Fresse ist an der Metzeler hier. Und wie seht ihr das? Ich seh es heftig. Der ist fest. Die Schlaft ist ja nachts. Ne, ne, ne. Egal, egal, egal. Ich brauch schon mal meine zweite Armee auf. Okay. Die ist fertig. Das war ohne Witz, wie er lange um die... Wieso gibt der nicht auf? Er hat zwar noch einiges. Ehrlich gesagt, finde ich das total lächerlich, was er noch hat. Also wir sind nur so müde und so ein Ding. Ich muss... Ey, einem da zwar eben hinjumpen, ey. Und dann... Wehe, das sind Armeen, ey. Aaaaah. Egal, da kommt schon meine nächste Armee, die gleich losschicken wird. So, jetzt. Schnell. Egal, macht er eben die Fettung dann sofort. Ja, anröp! Etncareuske depth! Eendingcome! Achter Emil. Ihr helft euch mal gegenseitig hier, ey. Das ist ja überhaupt kein Team-Mate. Aber da-da kommen sie her. whalecher angestrell! Schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, hopp, hopp, hopp! Da kommt die Nüchel mal raus. Und jetzt war's es. So, zweite Truppe, los! Enden kam! Aufhör! Enden kam! Bereit? Jawohl! Kaminantreff! Auftrag! Meine Kräfte sind aufgekocht. Altimon hat mich aufs Schlachtelf. Was ist das hier für nämlich, wie groß ist die? Klein. Egal, 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 das ist ausreichend. Egal, das ist okay, das ist aber okay. Ah, ne, 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 das bringt nichts. Blockhaus, nimm mal ein Hauptblockhaus. Ihr müsst schon mitkommen hier. Ich brauch gleich mal hier ein paar Rohstoffe. Ah, die eine bringt sie nicht mehr. Okay, sehr gut. Schicken wir mal mit dem Krieg hier. Ah! Macht hin, Alter. Ich hab... Ich will nicht mehr Lila dabei haben. Ich will's einfach weghauen. Weil die bauen sich immer wieder so ein bisschen auf, die Pussis, Alter. Die kommen jetzt nicht. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Den kann doch immer wieder. Oh, die bauen sich immer wieder auf, ey. Das ist krass, ey. Ohhhh. So, diese Kleinscheiße, Alter. Boah, das kriegt so auf, Mann. Hier, hier ist... ...falsch, falsch, falsch. Obwohl... ... misst hier auf die... ... ... ... So, und jetzt macht da den Teil erstmal, dass sie keine Häuser mehr haben. Weil irgendwas muss ich erstmal abreißen, damit die irgendwie mal was nicht bauen können. Sonst wird das ein Endlosspiel. Die kommen immer wieder mit ihren Billigsoldaten an. Ein Haus noch mal an, dann komm. Und da kommen immer wieder Gelb, ey. Ich seh das schon. Ich seh das schon vor mir. Das gekotzt, Alter. Oh, die Kühe machen mit, ey. Die sind schon seit Anfängen, meine Ziege, aber ja auch dabei. Oder ist das eine hässliche Kuh? Ich weiß es nicht. Boah, ich freu mich, wenn... Alila ist gleich weg. Jetzt hab ich sie endlich mal. Oh Gott. Oh nein. Also ich nenne das zu früh, gefreut. Nein, nein, Alila muss weg. Verein noch allemal weg. Ich brauch jetzt einfach nur noch für die EG, ey. Ich komm dann gleich mit der nächsten Truppe. Ich komm dann gleich mit der nächsten Truppe. Mach du mal was für den Rückzug, oder? Aber die müssen schnell Angriff werden. Jawohl. Da kommt noch was, da kommt noch was, da kommt noch was, da kommt noch was, super Das stört mich total Wie, der kriegt dafür Punkte oder was? Das ist ja nur Scheiße So, ein paar kommen noch und dann ist es Feuer, glaube ich Oder kommt hier noch was? Ne Alter, ist das nicht, ist ja die Schlacht des Jahrhunderts, nochmal zu erwähnen Boah, da hab ich aber ganz schön was zum Hochladen, ey, ich mach 30 Minuten Packs, ey, das ist krank Jo, okay, los geht's Steuerung, run Ihr seid einfach Steuerung 2 Und der Rest hier rumgammelt, Steuerung 3 Jawohl Ja Bewegt euch Also heute kommt der Computer ganz schön ab Ist sonst nie so, wie gewesen bei Age of Empires 3, meine Freunde Steuerung 3, so, dann machen wir wieder den Angriff vor und dann Vielleicht eine kleine Leute, die doch sind so, dann haben wir ihn nicht immer wieder Ja, ich bin raison, es ist schon